Seid gegrüßt und willkommen zur 24. Episode meiner RimWorld Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir hatten eine Vorratskapsel bekommen. Uh, so viel. Trockenfutter. Uh. Und sogar Dingenskirchen. Ähm, Heilwurzeln in der Nähe. Nehmen wir natürlich dann auch alle mit. Ähm, Gürteltier kannst du nicht sammeln. Konsumiere Trockenfutter, genau. Heuschack, was machst du? Baut Kartoffelpflanze an. Ähm, was ist das hier? Metallschrott, ne? Sammeln ist ja auch mal ein bisschen Trockenfutter. AJ, baut Kartoffelpflanze. Kein Lagerplatz, ernsthaft? Okay. Aber hier wäre auch Granit hier oben. Wo gehst du hin? Du gehst jagen. Du hast hier bald alles abgeschlossen. Das finde ich super. Ähm, das hier ist ja fruchtbares Land. 100... Uh. Mm-mm. Richtig gut. Mm-mm, mm-mm. Kopiere ich das Ding hier? Nee. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Ich mache das jetzt mal so gemischt hier. Ähm. Was machen wir denn da rein? Kartoffeln. Das Ding ist halt... Wenn wir hier... Heu, Gras. 18 Prozent. Löschen. Sorry, Heu... Äh, Hopfen. Meiner Meinung nach stand da... Achso, da hatte ich Heugras angedacht. Genau so war das. Machen wir das mal, Heugras. Testen das damit. Hier Reis. Kartoffeln. Eventuell baue ich dann noch eine zweite Küche. Uh. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich würde auch sagen, die Wände reiße ich hier ab. Und sollte ja dann auch wieder die Rohstoffe rausbekommen, ne? Also... Also... Nicht ganz erpreisen, natürlich. Ernten. Ernten. Das holt sich sicher auch nochmal jemand ab. Mm-mm. Da, da, da. Ja, hier ist halt... Auch irgendwann Energiegewinnung angesagt. Hm. Wäre halt gut, wenn ich alle 6x12 hätte, ne? Ähm. Okay, eine Reihe würde ich dann wegnehmen. Sollte jetzt 6x12 sein, genau. Das hier dann ja auch. Öl... Erdbeerpflanze. Wem gucken kann ich eine werden? Zudem ist da... Da, 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 da. Ernteertrag 8. Hm. Peerhunden. Warum nicht, ne? Mindestens Fähigkeit 5. Mir fällt gerade ein, haben wir überhaupt Heilwurzeln gerade? Ich meine nicht, dass es dann zu spät ist. Das werden wir hier erweitern. Nehme ich mal was weg. Das ist ja auch noch fruchtbar. 140. Hm. Guck mal hier mal so ein... Kleineres Fältchen. Hier machen wir dann mal Heilpflanzen rein. Heilwurzeln. Und hier wird irgendwann Energiegewinnung betrieben. Haben wir den Kram jetzt hier mitgenommen, Leute. Die ganz schnellen seid ihr auch nicht, ne? Ja, Metallschrott können wir irgendwann in Zukunft einschmelzen. Schmelzen. Maschinenraste, Stahl. Gröll. Oh. Hauptsache hier liegen immer noch irgendwelche Brocken drin. Und es ist dreckig. Hm, hm, hm. Was haben wir hier eigentlich für Waffen normal? Exzellent. Uh. Chilis Bruder. Cooler Name. Ähm. Ja, lassen wir mal so. Also die Zuteilung der Waffen. Bling. Zusammenbruch. Gürteltier. Ja, weil er schleppen muss, ne? Hat er halt keinen Bock drauf. Wenn das hier zu ist, kommt der Snake. Oh nein. Chili. Oh, was denn mit dir? Ah, Wundinfektion. Ich hoffe. Riesensfort hier drauf. Oh. Ich denke mal, AJ kommt jetzt heilen. Genau. Dann haben wir bald keine Medizin mehr. Mist. Das ist nicht gut. Was denn? Wie, dann macht doch irgendwas. Ja, toll. Schlechte Lache. Ja, gut. Dann ist es halt so. Kann ich jetzt gerade nichts dran ändern. Lass mich mal weiter hier gucken bei der Dingens. Wieso ich keine Medizinherstellung machen kann. Und ich glaube, boah, ach so. Äh. Ach so. Jetzt verstehe ich. Ja, da war ja was. Lawman, was ist mit dir? Asthma. Okay. Ruht sich aus. Du gehst ins Krankenbett, ne? Genau. Ich hoffe, jemand... Du bist ja gerade... Könnte eventuell jemand... Was hast du denn da gerade getan? Ich hoffe, du hast da was aufgebaut. Kündig hier was? Tribute, ein Treiber der Fraktion, blablabla. Blablabla. Gefangene. Ja, genau. Ach so, Gefangene und Gold. Moment, habe ich Gold? Äh. Äh. Ich habe 20 Gold. Oh, oh. Hm. Gehen sie... Äh. Und der... Was? Und der Unterstützung der oberen Häuser. Du kannst mit rechnen, dass ein Tribute dann etwa einmal... Etwa zweimal pro Jahr auftaucht. Okay. Wenn wir Tage, bevor sie weiterzunehmen, kannst sie auch angreifen. Allerdings, ja. Bestimmt greife ich die an. Gerade, wo alles so recht okay läuft. Die Frage ist aber, was passiert, wenn ich nicht genug Gold habe? Oh nein. Was ist das denn? Meerschweinchen, okay. Die werden mich doch jetzt bestimmt anhandeln, ja. Oder muss ich die anhandeln? Oh je. Wer ist eigentlich noch mal mein, ähm... Obersozialfähiger. 10,36... 7... Nee. 8... 9,36... 1... 1... Okay, Lohmann. Was machst du da? Du brauchst eine Wand. Ja, komm, red mal mit. Wo ist denn der hier? Mit... Chaos... Chaos... Begleitschutz. Oh je. Ich gebe ihm mal alles. Hat das gereicht? Was passiert jetzt, weil ich es nicht hatte? Ich glaube, der ist noch angepisst. Na, keine Ahnung. Wird schon passen. Achso, wir können ja keine neue Bierwirtze, weil wir ja alles voll haben. Ähm... 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 Kacke. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel brauchen. Ähm... Ich würde das gute Bier halt nicht verkommen lassen, ne? Also die Bierwürze, damit wir halt Bier herstellen können. Ich hoffe, das geht hier recht flott, was du machst. Ich kann ja schon mal den Lagerraum hier designieren. Einstellungen kopieren. Ich lasse dich mal arbeiten wieder. Einfügen. Aber dann ändern wir das hier auf nur, ähm... Bierwürze, würde ich sagen. Pflanzenmasse, Hopfen. Genau, Hopfen wollte ich da reinhauen, genau. Und eventuell Bierwürze. Hallo. Und eventuell Bierwürze. Die sind natürlich nicht da drin. Wo sind denn die drin? Höh? Nahrung? Oh, jetzt möchte ich das ja suchen. Moment mal. Vegetarisch. Speeren, tierische Produkte. Hopfen. Wo finde ich denn? Achso. Pflanzenmasse, das da drin. Rohstoffe. Hergestellt. Hier muss das sein. Bierwürze, genau. Und... Mh... Mahlzeiten? Nee. Großessen, Heu, Pemmica, nee. Oder ist das Bier hier drin? Drogen, Bier, okay. Okay, aber wir lagern das Bier natürlich nicht hier drin. Das ist wichtig, genau. Und hier... Ähm... Hopfen? Na, hier ist halt... Nicht Hopfen, das hier ist Bier. Bier. Das ist äußerst wichtig. Dabei, das ist nur bevorzugt. Das heißt, das kommt alles hier rein gleich. Ja. Das ist dann halt quasi so sekundärer... Rohstoffdings. Oh, Norman sollte aber hier unten weiterbauen. Ach komm, er baut jetzt erstmal die Gärbottiche zu Ende. Oh, hier muss ich noch einstellen, dass es hier kühl wird. Habe ich hier... Oh. Minus 9. Minus 19. Minus 15 habe ich da eingestellt. Machen wir es hier auch. Oh, der Fuchs oder was auch immer. Das ist der Cecil, der macht mit. Schön. Oh, kommt ey. Mach dir bloß keinen Kack. So, Norman ist im Bett. Oh, ich habe so die Ahnung, dass es hier gleich wieder anfängt zu brennen irgendwo. Okay, die Karawane zieht weiter. Und niemand, der ist tot. Es fängt da wieder an zu brennen. Ich raste aus. Wo ist das Heimatgebiet? Da ist das Heimatgebiet. Geht jemand los? Nö, dann halt nicht. Ich meine, es regnet gerade. Das wird ja nicht lange brennen. Bitte. Hier ist Marmor. Das geht. Granit. Das finde ich gut. Aber hier ist Kalkstein. Überall Kalkstein. Habt ihr das hier schon offen? Nö. Ich hoffe, die machen das hier mal langsam zu. Was war das jetzt wieder? Oh, nicht mehr inspiriert. Schade, schade. Hier fange ich mal so vorsichtig ab, das abzubauen. Hier würde ich dann halt lieber Granit haben. Schlafen noch alle? So, bist du überhaupt immer noch depressiv? Nö, ne? Hier geht es wieder supi. Katharsis. Ja, du warst ja. Durchnässt ja. Dann geh halt rein. Unansehnlich Umgebung. Wahrscheinlich, weil hier nicht geputzt ist oder so. Oder nicht gereinigt wurde. Oder weil ich den Boden vergessen habe. Moment mal. Böden, Holzboden. Dann vergesse ich immer. Was machst du, Gürteltier? Feuerschale. Okay. So, wo ist Lormen? Was machst du? Trainiert Hirsch. Okay. Du machst hier den Baum weg. Gut. Was auch immer das für ein Geräusch ist. So, Erdbeeren haben wir hier. Reu haben wir. Würde ich noch sagen. Nehmen wir. Ja, komm. Sieben mal. Zehn. Elf. Sechs mal zwölf. Hier kommt hin. Hallo. Reis. Reis würde ich sagen. Wir werden so viel zu essen haben. Ich glaube, hier würde ich halt so einen Lagerraum irgendwie noch machen oder so. Oder Moment, Lormen, bevor du hier anfängst. Warte mal. Vielleicht doch hier oben. Ne, oder hier unten. Schwierig. Ja, doch. Reis ist eine. Machen wir hier vielleicht. Noch einen Lagerraum. Was? Seltene Trombos. Sind von der Tour ist friedlich. Allerdings können sich auch sehr gefährlich werden. Wenn wir uns angekommen. Einige können also bald gutes Geld für ihre Felle und Hörner zu zahlen. Ja, die lassen wir aber keine Lust jetzt auf Ärger mit denen. Was machst du jetzt, Lormen? Du bringst den Kram weg. Gut. Du wirst gleich hier wahrscheinlich weitermachen. Das heißt, ich mache hier eine Wand aus. Haben wir Holz? Wir haben Holz. Tausend noch was. Okay. Das wird ja wieder nicht passen. Ach komm. Wir machen einfach Granit. Ich meine, wir haben Granit da. Oh, fruchtbarer Boden. Stimmt ja. Ich kann den auch nicht komplett nutzen. Das geht halt nicht. Dann kommt hier halt eine Tür rein. So. Weil hier möchte ich gerne. Naja. Noch einen Lagerraum haben. Fliesen aus Sandstein. Fliesen aus Stahl. Boah. Sieben. Nee. Wir können doch auch bald. Ach, ich wollte noch den Dings bauen. Oh Mann. Hier gibt es irgendwo diese... Oder gibt es hier nicht. Oder gibt es hier nicht? Moment mal. Hydro-Karton. Blablabla. Sterile Materialien. Genau. Aber wir sind ja gerade dabei. Was machen wir gerade? Teppichherstellung. Genau. Ähm. Ich wollte einen neuen Tisch hier hinbauen. Das war das. Mann. Einfacher Labortisch. Nee. Hightech-Labortisch. Den benötigen wir. So war das. Oh. Der ist ja kaum größer. Ich würde mal sagen, unser Platz ist leicht begrenzt. Aber hier könnte man eventuell was hinmachen. Oder. Na doch. Mache ich es aus Granit. Also das Gebäude. Ich würde den Labortisch hier reinsetzen. Oder. Kriegt er hier einen Anbau. Moment mal. Was zum. Warum habe ich das denn hier so gemacht? Fällt mir gerade auf. Moment mal. Er schläft hier. Hat hier irgendeinen. Durchgang. Warum habe ich hier so einen Durchgangsraum gemacht? Ich bin gerade äußerst verwirrt, was ich hier für anstattet habe. Ähm. Demontieren. Pflanze entfernen. Demontieren. Abreißen. Demontieren. Dann bauen wir das Dingens komplett um. Und irgendwer müsste mal sauber machen. Fände ich mal ganz cool. Ähm. Aber wer forschen? AJ? Moment. Was? Norman darf auch forschen. Nee, nee, nee. Chili. 11 von 20. Ich frag mich echt, was Chili machen wird, wenn Dingens, wenn das hier weg ist. So. Jetzt können wir aber hier direkt, oh, ich war schon am richtigen Dingens drin. Oh, wir brauchen, ach ja, wir brauchen Bauteile. Norman. Das hier sind, nee, das ist Gold. Stahl. Bauteile. Maschinenreste. Whatever. Norman. Tue es. Oder brennt es auch. Also, was denn hier draus geworden? Hier wächst es aber wieder nach, ne? Kein Problem, also. Wird aber ganz schön wenig unser Essen hier. Das pflanzliche Zeug. Aber Hauptsache, wir haben Bier da. Das ist am wichtigsten. 1,6 Tage. Ist das hier alles voll? Cool. Wir werden voll die Bierproduzenten werden. Schön. Norman ist da oben dran. Ist noch nicht müde, hoffe ich. Es wird aber echt schwierig hier mit der Medizin, weil die ist ja irgendwie, ähm, 1500 teuer, leider. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich überlege, habe ich eigentlich zwei eingeteilt zum, ähm, Bauen? Nö, 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 nö. Chili dürfte bauen. Oder könnte, würde gerne bauen. Dann lassen wir ihn noch bauen. Passt ja gerade perfekt. Weil sein Tischchen hier nicht da ist. Hier haben wir auch schon alles aufgehört oder abgebaut. Zwei Bauteile nur. Flebe, was tust du, du kochst? Hier oben haben wir auch noch Bauteile. Ey, die sind echt knapp geworden, die Maschinenreste. Die Teilschrott. Ey, hier liegt ja immer noch was. Ach, Leute. Naja. Stahl. Marmor. Es kommt hier so ein Trommel, bla bla bla. Aber hier nichts in der Nähe. Hier wäre was in der Nähe. Maschinenreste. Oh je. Die muss ich dann mal zeitnah alle so kaufen. Äh, okay. Lormen, hör auf zu bauen. Mach's Bergbau jetzt. Bau das noch auf und... Nicht das. Du weißt genau, was du holen musst. Natürlich nimmt er erst das in der Nähe. Why not? Du holst mal bitte die Bauteile. Aber denn sonst keine mehr? Maschinenreste. Hier war doch irgendwo was, oder? Nö, hier ist auch schon alles weg. Stahlreste? Nö. Ha. Und warum geht keiner jagen eigentlich? Haben wir alles... Warum ist das hier leer? Habe ich hier was geändert wieder? Medizin, Drogen, Bier... Großessen, Fleisch... Kann genauso gut hier liegen, ne? Ich habe doch bestimmt nicht gesagt, ihr sollt aufhören zu jagen, oder? Ach so. Ja, verstehe, glaube ich. Und das heißt, weggedrückt? Weil wir ja hier auf 36 erhöht haben. Wird er erst mal kochen, solange was da ist. Was machst du? Stahl. Ach, da war noch Stahl irgendwo. Oh, okay. Haben jetzt hier die Maschinenteile eigentlich alle? Plaststahl haben wir. Bauteile, sage ich doch. Produktion... Oh, wieder weggedrückt, Mann. Oh, haben wir es 10? Haben wir es 10? Nö. Fehlen im... Bauplatz ist belegt. Ey, das hier muss weg. Irgendwer, bitte. Kein Forstwirt. Du auch nicht. Du ja. Rollschrecke? Ach so, der Sitzplatz. Wo ist das Problem? Demontieren, bitte. Wo ist Lohmann? Bobmaschinen. Chili. Du stehst da gerade. Danke. Hightech-Tisch. Was denn noch? Abreißen. Jetzt aber. Hightech-Forschungstisch. Go. So, was haben wir hier? Erdbeerenfeld. Genau. Felder, Felder, Felder. Das hier ist jetzt ein Haus. Also mit Dach. Dann kommt hier Boden. Machen wir wie überall Holzboden rein. Was soll's? Hier natürlich auch an die Tür. Da auch. Die Kühlung sollte ich vielleicht auch schon mal reinsetzen. Temperatur. Wo machen wir das denn hin? Hier rein vielleicht? In den Hof. Boah, denke ich mal. Dann wird's hier eventuell warm drin. Genau. Hätte ich erstmal wieder alle Aufgaben für den nächsten Tag verteilt. Lorman ist auch zu Hause angekommen von der harten Arbeit. Aber der muss jetzt mal alles sammeln. Geht nicht anders. Und da würde ich auch sagen, verabschiede ich mich wieder mal. Wenn euch die Episode heute gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier in der Kolonie weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abündet haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.